Jetzt sollen wir auf den Bus warten. Habe ich jetzt auf den Bus gewartet, nur um den Bus zu verpassen? Ist das das, was gerade passiert ist? Ich drücke die ganze Zeit nur Leertaste, um den Hund zu streicheln. Hey na und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Spiel für euch mitgebracht, das ich glaube ich jetzt schon ein bisschen schrecklich finde. Denn es geht darum, dass wir warten. Wir müssen uns dadurch mehrere Level knobeln, indem wir warten. Denn es geht ums Warten. Warum? Warum macht man so ein Spiel? Ich bin entsetzt. Ich glaube, ich würde lieber das Fell eines Pudels glätten. Ich glaube, da hätte ich mehr Bock drauf. Bevor ich dieses Spiel jetzt komplett judge, bevor ich es gespielt habe, schauen wir uns das jetzt an. Also rein da. Los geht's. Also wir starten jetzt rein. Ich habe ein bisschen Angst. Ich liebe Warten. Ihr müsst wissen, ich bin eine große Warte-Enthusiastin. Ich liebe es. Ich hasse es. It may get boring at times. Klasse. Wer ist in Space? Das kann ich. Das kenne ich schon mal. Das habe ich schon mal in einem Spiel benutzt. Enough of your time. Ja, du hast genug meiner Zeit hier verbraucht. Wait for the tutorial. You have better things to wait for. Wir haben also bessere Sachen, auf die wir warten können. Klasse. Jetzt sollen wir auf den Bus warten. Okay. Und hier haben wir Aufgaben, die wir dabei erfüllen können, während wir hier toll auf den Bus warten. Warte. Wo war... Was stand denn da jetzt? Ich habe nicht genau geguckt. Ach, hier. It is my bullet in board now. Wir müssen irgendwelches... Müssen wir Sticker sammeln? Do nothing ist auf jeden Fall ein Achievement. Be the richest guy on the bus. Müssen wir jemandem Geld klauen? Was? Hä? Also wir könnten jetzt einfach nichts machen, während wir warten. Aber wir müssen diese Sticker eigentlich auch sammeln, ne? Was muss ich tun? Was kann ich... Okay, wir können hier hingehen. Können wir da irgendwas... Klicke ich überhaupt mit der Maus? Nee, ich muss mit Space einfach nur machen, ne? Was mache ich da jetzt? Bringe ich das da hin? Ey. Wie ich mich an den vorbeirempeln muss. Hä? Jetzt fliegt es weg. Wir können den Hund streicheln. Ja. Lass einfach nur den Hund streicheln die ganze Zeit, oder? Ich drücke die ganze Zeit nur Leertaste, um den Hund zu streicheln. Hä? Warum eine Frau in der Badewanne? Ich check's jetzt schon nicht, das Game. Aber kann ich jetzt hier... Ich müll doch hier, wenn... Kann ich dem... Kann ich dem das Geld klauen, um the richest guy zu sein? Ach, guck mal, da unten ist Geld. Kann ich das Geld nehmen? Ich kann nur ewig lange diese Dinger hier wegnehmen. Oh, wartet mal. Der hat Geld gedroppt. Das ist doch bestimmt dieses richest guy. Hä? War das der Bus? Oh mein Gott, das ist so schwer. Ich kann mich kaum vorwärts bewegen. Hä? Hä? Und nun? Können wir jetzt in den Bus einsteigen und dann haben wir das gewonnen und sind der richest guy? Schau mal. Oh mein Gott, es ist so... Es ist so schwer. Hä? Habe ich jetzt den Bus verpasst? Habe ich jetzt auf den Bus gewartet, nur um den Bus zu verpassen? Ist das das, was gerade passiert ist? Ich hasse das Spiel jetzt schon richtig doll. Ich hasse es richtig doll. Also jetzt mal im Ernst. Wir könnten in der Zeit auch einfach Palia spielen. Oh, warte, das war's. Da war der Bus. Be the richest guy on the bus. Okay. Ja, easy, hä? Do nothing. Das andere wäre do nothing. Wir können jetzt einfach warten. Wait for the rain to stop. Gibt's wieder do nothing? Watch out. Umbrella. Arcade in the window. You can really dodge the rain. Warte mal, was gibt's alles? Nichts machen gibt's anscheinend immer. Das heißt, wir könnten das Spiel einfach anmachen, laufen lassen. Haben dieses Achievement sozusagen. Ist doch bescheuert. Sag mal, geht's euch noch gut, liebe Devs? Es ist ein Spiel, das man nicht spielt. Quasi. Das spielt man passiv. Lass mal den Regenschirm finden, oder? Ich glaube, den Regenschirm. Das fände ich gut. Aber was wäre hier... Was ist der Regenschirm? Können wir diese Haube von diesem Heizgerät nehmen? Nee. Rennst du weg? Nur weil's hier regnet? Hä? Wir können ja nicht vorbei. Der will nicht da vorbeigehen. Sieht voll cute aus. Ja, aber es ist auch... Es spielt mit meinen Nerven. Hä? Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Was passiert hier? Können wir jetzt hinterher? Nee. Uns regnet das immer noch zu doll. Okay, können wir da rein? Wir können da rein. Oh, sehr gut. Können wir einfach... Oh, warte mal. Das ist der... Das ist der Hut. Komm schon. Kann ich den nehmen? Kann ich den nehmen? Kann ich den nehmen? Ja! Ich hab den Hut! So. Nein, 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 nein! Oh, ist weg. Wir können anscheinend alle Achievements in einer Runde machen, bis auf das Do-Nothing. Das wahrscheinlich nicht, weil wir müssen ja irgendwas tun, um dann weiterzukommen. So, warte mal, wir hatten noch irgendwas mit der Fensterscheibe. Arcade in the Window hatten wir noch. Arcade in the Window. Was soll ich hier machen? Ah! Okay. Ich hab nix verstanden. Aber gut. Es hat aufgehört. Der Regen hat aufgehört. Ich check nur die Hälfte bisher. Aber es muss so, oder? Ich bin verwirrt. Wait for your IP to replenish. Ach, meine Angriffspunkte. Okay. Viel Invincible. Warte mal, was sind noch die Aufträge? Das ist immer zu schnell weg. Do nothing natürlich, ne? Das ist super. Ich hab keine Ahnung, was dahinter sich verbirgt. Aber wir probieren einfach mal, was wir machen können. Ich kann mir so Diamanten kaufen oder so. Ah, warte mal. Kann ich die einfallen? Ne, was? Wo bin ich? Was ist das denn? Kann ich hier meine Diamanten auffüllen? Ja, komm, hier 1,99. Ja, kein Problem. Let's go. Warum nicht gleich das? Let's go. Ich mach keine halben Sachen. Hä, wir haben wirklich das... Das geht? Das können wir einfach machen? Okay. Oh, jetzt müssen wir irgendein Video gucken. Ich flippe aus. Das ist irgendwie so ein echtes Spiel. Jetzt guckt mir eine Werbung. Kann ich mehr. Warum? Was ist das? Warte, kann ich hier in der Werbung, kann ich mit der Werbung noch was spielen? Oh, das sind diese blöden Spiele, die man immer... Das ist original wie diese Werbungen von diesen blöden Spielen, die niemals so aussehen, wie sie eigentlich sind. Und sobald ich hier draufklicke, wird mir gesagt, ja, kauf doch das Spiel. Warte mal, können wir das kaufen? Können wir tatsächlich? Jetzt muss ich hier noch warten, bis ich es runterladen kann. Ich flippe aus. So. Was ist das? Was habe ich getan? Wurde ich gescammed? Ich wurde gescammed. Ich glaube, ich wurde gescammed. Kann ich einfach... Warte mal. Kann ich einfach zum... Ich gehe mal zu meinem Home-Datten. Ist das meine Spiegelung? Ich glaube schon, ne? Oh mein Gott, das dauert immer noch. Ne, hä? Die Zahl ist hier stehen geblieben. Der Countdown. Ich heule. Ah, jetzt geht's weiter. So, 2-1-0. Gib mir jetzt meine... Gib mir jetzt meine Goldmünzen hier. Jetzt kann ich es wegmachen. Es ist exakt so wie nervige Werbungen. Oh mein Gott. Wie komme ich hier raus? Ich will es doch schließen. Das ist zu real. Das ist viel zu real. Wie komme ich hier raus? Ich muss raus. Ne, hä? Ich will doch hier nur diese... Ich will... Ach, da unten. Es ist original wie... Es ist wirklich genau wie diese Apps. Ist das nicht der Button, um es zu schließen? Kann es sein, dass ich mit meinem Finger da nicht drauf treffe? Oh, wir haben es geschafft. We did it. Das zählt jetzt nicht? Das war das Level. Es ist so süß gezeichnet, ne? Es ist so süß, aber es macht mich sehr sauer. Wait for the heavy traffic. Was? Herr Conditioner? Mother... Mutterend? Was? Look both ways before you cross. Was sollen wir tun? Ähm... Hä? Einfach mal die Tür aufmachen. Oh Gott. Oh Gott, nein. Bitte lauf nicht auf die Straße. Oh, können wir die alle einsammeln? Ja, oh süß. Oh nein, aber dann nicht, dass sie überfahren werden, wenn die uns hinterherlaufen. Oh nein. Einer hat es nicht geschafft, ne? Können wir noch eine holen? Oh ja, wir können noch eine abholen. Okay, komm. We can do it. Warte. Immerhin geht es der Ente gut, Leute. Nein, jetzt ist sie wieder zurückgekommen. Okay, wir müssen die noch rüberbekommen. Aber wir haben Look both ways before you cross. Warte, was? Warum haben wir das jetzt bekommen? Ich bin sehr verwirrt davon. Komm schon. Oh mein Gott, das hat geklappt. Okay, gut. So. Jetzt müssen wir doch diese Mutterente freigeschaltet haben, ne? Ja. Aber Hair Conditioner, was soll Hair Conditioner sein? Können wir uns hier die Haare waschen? Wasser? Ne. Oh. Das war nicht gut. Ich wollte hier gucken, ob ich da hinlaufen kann, aber kann ich nicht. Wir laufen mal weiter nach links. Vielleicht geht es noch weiter nach links, weil wir haben noch ein paar Aufgaben, die wir machen können. Wir könnten noch. I think we forgot something. Ah, wir können noch mal zurück, weil wir unseren Teddy vergessen haben. Och nö. Dann geht es nicht weiter. Okay, wir müssen zurück. Yolo. Oh, das Auto fährt weiter. Ja, gut. Ja, ach so. Wir hätten es nicht holen dürfen. Hätten wir den mitgenommen, hätten wir nicht das. Oh, ich glaube, ich habe was vergessen. Achievement bekommen. Ich finde, diese Level gehen erstaunlich schnell rum dafür, dass dieses Spiel vom Warten handelt. Oh mein Gott. Kann ich ein Looping machen? Was sind meine Aufgaben? Eco-friendly. If I cannot ride it, then no one can do nothing. Das zweite ist so ein bisschen so, wie müssen wir das Karussell kaputt machen? Wie kann ich mich hier losreißen? Ah, was ist das denn? Hä? Was kann ich tun? Kann ich überhaupt was tun? Ich versuche hier in alle Richtungen zu wiggeln. Ist realistisch gemacht, ne? Ich bin genauso ungeduldig wie dieses Kind jetzt. Ich kann so, ich kann zur Seite gehen. Hä? Was? Das habe ich gar nicht gecheckt, die Situation. Was haben wir hier noch? Let me stack it for you. Hey, müssen wir jemandem was wegnehmen? Ich will jemandem was wegnehmen. Hier, das ist mein Rucksack. Kann ich den Rucksack nehmen? Wie der guckt. Kann ich einfach alles nehmen? Guck mal, ich helfe dir. Bitte sehr. Da denkst du, das ist nicht meins. Okay, lol. Was? Ich könnte jetzt einfach auf dem Kofferband fahren. Oh, dieses Spiel ist so dumm und gleichzeitig funny, ne? Wo bin ich jetzt? Wann bin ich? Wer bin? Ach, da hinten. Zählt das als do nothing? Boom, boom, boom. Was können wir mit den Blumen machen? Komme ich jemals wieder? Was meint ihr? Ja. Oh, okay. Die Person sieht irgendwie nicht so glücklich aus. Komm, ich habe noch einen Koffer für dich. Nimm noch den großen hier oben drauf. Das geht nicht. Aber wir haben Hey, that's mine. Das haben wir auf jeden Fall schon mal bekommen. Ach, das ist unser Koffer. Toll, ich will den nicht. Okay. Ich glaube, wir sollen dem wirklich seine Koffer geben. Und ich denke mal, der braucht erst diesen großen mit dem blauen Band. Guck mal, der hat ja ein blaues Band an seinem Rucksack, ne? Und die Katze, die muss oben drauf. Kann das sein? Oder können wir erst die Katze hinpacken und da was draufpacken? Es gab doch einen blauen Koffer. Also mit dem blauen Band gab es doch. Müssen wir mal gucken jetzt hier. Aber es fühlt sich grausam an, wenn ich den Koffer auf die Katze drauf packe. Ich weiß ja nicht. Kann ich das hier schon stapeln vielleicht? Oh mein Gott, das geht. Ach so, aber dann nehme ich nur das. Nein, 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 nein. So, wartet, wartet. Nein, nein, nein. Geh, geh, geh. Hol den. Nein, nein, nein. Oh, jetzt habe ich ihn verpasst. Ich heule. Das ist nicht wahr. Also, das ist auf jeden Fall seins. Das ist auf jeden Fall seins. Da können wir nicht den großen Koffer drauf machen gleich, ne? Okay, das müssen wir gleich auch nochmal versuchen. Wait for the game to finish downloading. Oh, das ist surreal, Leute. Das kenne ich. Darauf warten wir, auf den Download. Was haben wir hier? Oh, kennt ihr das, dass man so fünf Downloads gleichzeitig anmacht, wenn man denkt, das ist dann, das passt schon. Oh, guck mal hier. Oh, hier, warte mal. Oh, wenn wir das Passwort wüssten. Hier ist eine bessere Verbindung. Jetzt geht alles andere schneller, nur das nicht. Warte mal, vielleicht finden wir das Passwort raus, damit wir in das bessere Netz können. Meint ihr, das kriegen wir hin? I wonder what this button does. Ah, okay, wir haben auf irgendeinen Button gedrückt. Was haben wir noch? A short eight minute drive. Ah, weil wir dieses Spiel spielen müssen. Warte mal, nein. Haben wir es alles resettet? Ich heule, das ist nicht wahr. Ich glaube, wir sollen dieses Spiel hier spielen. Irgendwo Access zu dem Passwort. Ne, da kann ich drauf drücken, aber das bringt uns gar nichts. Jetzt, wir brauchen ein Passwort für das bessere Netz. Guck, wir machen einfach so. Vielleicht klappt es ja. War überraschenderweise falsch. Hätte es gedacht. 0, 0, 0, 1. Oh, Gottes Willen, wir probieren jetzt quasi alle Kombinationen aus. Guck mal, immer wenn ich das so mache, macht der was anderes rein. Das ist grausam. Wir könnten quasi einfach die ganze Zeit hier so Leertaste spammen und die Kombination eingeben. Aber ich glaube, es wird nichts bringen. Oh mein Gott, das lädt jetzt auch richtig lange. Vielleicht gibt es ein Achievement. Ja, oh mein Gott, wirklich. Ja, let's try one more time. Guck mal, das war das. Ja, das war wirklich das WLAN-Passwort. Okay, gut, dann haben wir ein weiteres Achievement in diesem Level. Und ich glaube, dieses Short Minute Drive ist das hier. Oh, können wir das Video angucken? Was ist das? Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir hier? Ist das das Video schon? Never gonna give you up. Never gonna. Okay. Cool, danke dafür. Ich möchte dieses Bus-Spiel spielen. Oh, was ist jetzt los? Neu spielt. Oh, ah! Warte, 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 warte. Was? Ich muss so machen und dann schnell zum Lenkrad, oder? Oh Gott. Ach, guck mal, da ist eine Zahl, wie lange wir schon gefahren sind. Ah, wir haben immer so ein Drift zur Seite. Oh mein Gott, wartet mal. Sollen wir jetzt fahren, bis wir 8 haben? Also 8000? Da hab ich ja richtig Bock drauf. Drei Stunden später. Oh! Ich hab mein Internet grad verloren. Warte mal, mein Internet ist gerade... Oh nee. Jetzt läuft der Download doch auch nicht mehr. Also wenn das jetzt wirklich bedeutet, wir müssen da fahren, bis da 8000 steht, ne? Dann weine ich. Best Game Ever. Ich möchte das Auto gerade sehr doll gegen irgendwie so einen Felsen fahren. Ziehen wir das jetzt durch? Ich krieg zu viel hier. Sind wir bald da? Ja. Meint das Spiel das ernst? Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann das nicht mehr. Ich bin viel zu ungeduldig für dieses Spiel. Das ist nicht okay. Das ist einfach nicht okay. Das sollen wir jetzt wirklich bis... Also... Erkannt! Ich trau mich auch gerade nicht, Escape zu drücken. Weil wenn ich jetzt Escape drücke, könnte es ja sein, dass wir wieder von vorne anfangen müssen. Haben wir jetzt Dreck auf der Windschutzscheibe? War das schon die ganze Zeit? Nee, das war doch gerade eben erst. Also ich darf die Kontrolle hier übers Lenkrand jetzt nicht verlieren. Das wäre ja schlecht. Wir fahren einfach noch ein bisschen. Ne? Ich kann nicht mehr. Aber ich kann jetzt auch nicht aufhören. Kennt ihr das, wenn man so investet ist dann? Wenn man so denkt, jetzt kann ich ja auch nicht aufhören. Das ist ein großes Problem, glaube ich. Das ist genau das, wenn man so ein Problem mit Glücksspiel hat und sowas. Dann hat man schon so viel zu viel Geld ausgegeben. Und denkt man so, jetzt habe ich aber schon. Jetzt bin ich ja schon investet. Das ist dieses Spiel. Damit spielt es. Das muss doch gleich geschafft sein, oder? Gleich haben wir es. Ganz bestimmt. Wir haben gerade kein Internet mehr. Deswegen lädt das Spiel im Hintergrund nicht weiter. Aber deswegen können wir das hier schaffen. So, warte mal. Jetzt ist es 54. Das ist ja Echtzeit, ne? Die Zeit unten. Also so Echtzeit im Sinne von das. Warte mal. Das ist die wirkliche echte Zeit. Die gerade wirklich ex... Ha? Es ist gerade im echten Leben. Es ist gerade auch 13.54. Das fällt mir erst jetzt auf. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Ich hätte es auch gleich nicht mehr ertragen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Das ist die echte, echte Zeit gerade. Wahnsinn. Cool. Danke. Das war eine tolle Erfahrung, dieses tolle Minigame zu spielen. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Kein Internet mehr da. Aber anscheinend... Hä? Wir haben es doch geschafft. Wait for the toilet. Oh, wir haben, glaube ich, Magenkrämpfe gerade oder so. Mh. Was? Rauschen wet floor haben wir eye to eye. Oh mein Gott. Müssen wir die Toilettentür aufmachen und dann so ein Staring-Contest mit der Person beginnen, die da gerade ist? Bitte nicht. Das wäre unangenehm. Ey, warte mal. Was ist das jetzt? Können wir hier hinfurzen? Warte mal. Da ist so ein... Ach nee, das ist ein G-Symbol. Ich dachte, das wäre ein Furz-Symbol. Ich dachte wirklich, das wäre so ein Furz-Symbol. So, warte mal. Kann ich jetzt mit meinem Finger die Schrauben draus drehen? Das wäre ja klasse. Nee, kann ich nicht. Was haben wir hier eigentlich? Was soll das eigentlich da drüben? Hä? Und nun? Wir können ja nichts machen hier. Das ist ja alles zugeschraubt. Ich brauche einen Schraubendreher, Leute. So, und irgendwas mal mit Wasser, ne? Vielleicht können wir hier ausrutschen. Lass mal da reinlatschen. Was passiert dann? Okay, oh nein. Okay, caution wet floor. Ein Achievement haben wir. Das Eye-to-Eye, das möchte ich als nächstes machen. Warte, wir gehen da hin. So, dann klopfen wir mal, ne? Das an der Seite ist, wie dringend ich muss, ne? Ich hatte auch schon Schiss, dass das so ist. Der Stift malt schon quasi. Oh mein Gott, können wir da... Ach so, wir müssen da reingucken. Ach, das war Eye-to-Eye. Ähm. Das ist nur ein bisschen unangenehm. Warte mal, was war denn noch so? Spam? The other toilet. Hm, Spam. Was ist Spam? Hä? Was könnte das sein? Spam? Hä? Okay, also... Ne, ich weiß es jetzt nicht. Wir gehen nochmal zurück. Also, wir könnten noch irgendwie was mit der anderen Toilette machen. Ich glaube, aber wir müssen auch gleich... Ah, warte mal da. Pflanze. Pflanze, Pflanze. Können wir die Pflanze noch angucken? Oh, Gottes Willen. Ich glaube, gleich ist es vorbei. Oh, süß! Ich versuche die ganze Zeit da irgendwo zu drücken, aber es passiert nichts. Wir sind ja verwirrt davon. Bestimmt kann man da noch irgendwas rausfinden. So, warte mal. Können wir nicht da einfach reinmachen? Das wäre so dumm. Was ist das da? Ha, Leute, ich checke es nicht. Gibt es hier noch so ein Mitarbeiter-Klo? Oh. Warte mal, hier ist so eine Katze? Moment mal. Hat das irgendwas mit den Katzen zu tun vielleicht? Ha, was können wir denn noch machen? Das war ja zu. Guck mal, hier konnten wir... Können wir da noch irgendwas tun? Ich habe das Gefühl, ich habe einfach nicht gecheckt, was ich hier machen kann. Der Stift malt schon sehr doll, Leute. Er malt sehr doll. Oh Gott. Oh Gott, wie geht immer langsamer. Das wird so angenehm. Oh, please don't. Können wir hier noch was machen? Oh, fertig. Er ist fertig. Endlich. Das war knapp. Gut, dass ich jetzt hier hinten stehe. Hallo. Ich muss mal. Ich gehe mal aus dem Weg. Oh mein Gott. Gut. Mensch. So, nächste Situation. Wir warten auf einen Fahrstuhl. Hey, ganz ehrlich, ich würde die Treppe nehmen. At least I got some exercise. Ah, das ist... Wir nehmen die Treppe. Safe ist das. Warte, was haben wir noch? Das geht so schnell weg. Ähm, Shortcut to the Underground. Oh, da springen wir einfach in diesen Schacht rein. Könnte das sein? Dass wir einfach in den Schacht springen? Das ist auch eine gute Sache, ne? Also, wir probieren erstmal hier vielleicht die Treppe zu nehmen. Das muss doch bestimmt... Ja, oh mein Gott. Warte mal, wollten wir hoch oder wollten wir... Wohin wollten wir eigentlich? Das ist nicht wahr, oder? Ich glaube, wir waren noch oben. Wir gucken erstmal, ob wir das Treppenentschiefen bekommen. Ich bin gerade hier reingegangen und dann kriegen die den Aufzug. Warte, vielleicht erwischen wir den Aufzug, ja? Da können wir nicht rein. Können wir die Feuerlasche mitnehmen? Ne, können wir nicht. Ja gut. Nun, müssen wir hier hin? Nein, wir müssen bestimmt in den 20. Stock. Ich sag's euch. Oh mein Gott, bitte nicht. Bitte nicht. Das wäre richtig grausam jetzt. Ich möchte nicht bis in den 20. Stock laufen. Oh, hi! 404! Da müssen wir hin. Ne. Okay. Gut. Dann halt noch eins höher, ne? Wie lange habt ihr heute Zeit? Habt ihr noch was vor? Ich hoffe nicht. Warte mal, hier. Ist das wieder F2? Hä? Die waren bei F1, ne? Was passiert, wenn wir jetzt wieder runtergehen von hier? Kommen wir dann wieder bei F1 raus? Oh mein Gott, bitte nicht. Wo kann ich jetzt meinen Passierschein A38 abholen? So fühle ich mich gerade. Tatsächlich. Es ist F1. Ich heule. So, jetzt fühle ich mich richtig... Jetzt fühle ich mich richtig motiviert, hier mal diesen Bereich hier auszuchecken. So, warte mal. Oh, das können wir in Zeitlupe beiseite schieben. Das ist ja klasse. Haha. Okay, Shortcut to the Underground haben wir. At least I got some exercise. Entschuldigung, warum haben wir nicht at least I got some exercise bekommen? Vielleicht müssen wir von hier hoch gehen. Das könnte sein. Warte mal, wenn wir bei B3 sind und wir bei F1 gerade eben waren... Bitte sag mir nicht, dass wir jetzt komplett B, C, D, E ablaufen müssen. Oh no, God, please no. So, warte, hier ist B1 jetzt. Können wir auch nicht rein. Perfekt. Klasse. F1, okay. Ich warte jetzt einfach hier. Das gab auch nicht dieses Exercise-Ding. Also da ist F12. Wir wollen bis F12, glaube ich. Aber wie kriegen wir denn das Exercise-Ding dann? Sollen wir jetzt einfach wirklich mal warten? Wir warten jetzt, ne? So, eigentlich müsste der ja jetzt kommen. Wehe, der Fahrschl ist gleich voll, ne? Wehe. Ich bleib hier, ich bleibe hier, ich bleibe hier, ich warte, ich bleib... Jetzt geht der wieder hoch. Der ist gerade wieder hochgegangen. Ich muss ganz stark sein jetzt, Leute. Das Seil hochklettern. Oh, das auch. Oh, stimmt! Ja! Das ist so schlau. Wir haben den ja schon einmal nach unten geschickt. Oh, warte, jetzt kommt der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl kommt! Ah! Okay. Das will ich trotzdem jetzt nochmal wissen. Das müsst ihr vielleicht dann nochmal spielen und mir sagen, was passiert. Ob man da wirklich hochklettern kann. Was sollen wir hier tun? Oh, wir sind in so einem Vortrag. Dafür haben wir jetzt am Fahrstuhl gewartet, oder wie? Moment, das bin ja ich. Da vorne. Bei dem Grafen. Was soll das? Ah, 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 ah. Wie? Oh mein Gott, stellt euch vor. Ihr Hals ist so eine Präsentation und dann ist da so jemand, der so die ganze Zeit so... Wie? Irgendwie rumnervt. Kann ich ihn blenden? Ah, 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 ah. Ich hab keinen Bock auf deine Präsentation. Ah, 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 ah. Okay, es funktioniert so nicht, schade. Ja, ist jetzt nicht das Coolste, was ich jemals in meinem Leben gemacht hab, mit einem Laserpointer zu spielen. Das macht keinen Spaß. Wenn keine Katze mitmacht, macht's keinen Spaß. Aber wir hatten doch Cat in der Box. Warte mal, vielleicht ist ja eine Katze in der Kiste. Und dann ergibt der Laserpointer viel mehr Sinn. Ah, ich kann einfach gehen. Ah, was? Moment, was ist das? Hä, wartet mal. Hä? There is no escape. Ach so. Ah. So. Okay. Ah, gut. Schon ist die Präsentation vorbei. Ich will nochmal wegrennen. Ich will das nochmal spielen. Das war schon die Demo. Ihr kleinen Gemeinis. Ja, also aufs komplette Spiel müssen wir dann warten. Das ist richtig on brand. Lieb ich. Aber es macht mich auch ein bisschen sauer. Und wisst ihr, was das Schlimmste an dem Spiel ist? Ich habe jetzt das ganz große Bedürfnis, alle diese Aufgaben und diese Lösungswege zu machen, um es auf 100% zu spielen. Ja, aber ich würde sagen, ich packe es mal auf die Wishlist und dann warte ich auf den Release. Bis zum nächsten Mal.